Land, Titel, Macht, Männer, gar nichts. Gar nichts? Ich habe gar nichts. Männer kämpfen für mich, weil ich sie von meinem Land herunterjagen und ihre Familien verhungern lassen kann, wenn sie es nicht tun. Diese Männer, deren Blut bei Falkirk der Boden aufgesogen hat, kämpften für William Wallace und er kämpft für etwas, das ich selber nie hatte. Und als ich Verrat an ihm übte, habe ich ihm das genommen und das konnte ich nach der Schlacht in seinem Gesicht sehen. Und es zerreißt mich von innen. Aber alle Männer verraten, verlieren den Mut. Ich will den Mut nicht verlieren! Ich will fähig sein zu glauben, wie er es tut. Ich werde mich nie wieder auf die falsche Seite stellen.